Na lo zusammen, hier ist wieder heutzutage, ich bin wieder für euch in DragFlight unterwegs und zwar heute will ich euch heute so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es wieder um ein paar Kisten aus der Garnision und zwar haben wir wieder ein paar große Kopfgeldbeutel gesammelt und ja, da möchten wir ein paar Sachen rausholen. Insgesamt brauche ich jetzt noch elf Sachen aus dem Ding von allen möglichen Rüstungsklassen und ja, es sind halt so wie es aussieht nur noch formidabel. Da können ja verschiedene Qualitätsstufen rauskommen, so wie es aussieht und diese formidablen scheinen jetzt eher selten zu sein. Jetzt gucken wir mal, was drin ist. 30 Kisten will ich aufmachen und jetzt würde ich sagen, legen wir direkt mit dem Hexe hier einmal los. Erste Kiste ist ein grandioses Schmuckstück, das brauchen wir nicht und das zweite ist eine grandiose Stulpen, das brauchen wir auch nicht. Gut, als nächstes haben wir einen DK. Jetzt schauen wir doch mal, was wir da Schickes haben. Geben wir erstmal noch die Quest ab und was haben wir drin? Grandiose Gamaschen, die brauche ich nicht, das weiß ich ohne drüber zu fahren. Und grandiosen Ring, ja gut, der bringt eh keinen T-Mock, das war leider auch wieder eine Nullnummer. Als nächstes haben wir einen Demon Hunter und der hat eine Robe drin und als zweites, ach, wieder ein Schwert, Ripp. So, dann haben wir jetzt als nächstes einen Hunter und der hat, oh, Schuhe? Ah, ne, das sind die Grandiosen, schade. Und ein Umhang, aber das ist auch grandios. Das brauche ich doch nicht. Als nächstes haben wir hier einen Demon Hunter. Jetzt gucken wir mal, was der Schickes drin hat. Ah, grandios, brauchen wir nicht. Und ein Schmuckstück. Ja gut, der Rotz kann auch wieder weg, brauche ich alles leider nicht. Oh, das Nächstes haben wir dann einen DK. Jetzt gucken wir mal, was ist Schickes drin? Oh, Handgelenke, aber das sind die Falschen. Und wieder eine Waffe. Bis jetzt sieht es echt schlecht aus, muss ich sagen. Dann haben wir noch einen Demon Hunter. Und der hat Schultern drin, beziehungsweise da haben wir noch eine Brust. Hm, hm, das macht mich nicht froh. Als nächstes haben wir noch mal einen Krieger. Jetzt gucken wir mal, was haben wir da Schickes drin? Grandioser Gurt, den brauchen wir nicht. Und die andere Kiste ist unter den Haufen Müll da unten. Und da haben wir ein Schmuckstück. Schade. Als nächstes haben wir noch einen DK. Und der hat Grandiose... Ah, Grandiose brauche ich nicht. Okay, das ist schon wieder RIP. Und was haben wir hier? Grandiose Halsreifen. Naja, auch wieder nix. So, dolla. Dann haben wir jetzt noch einen Paladin am Start. Und wir kriegen wieder Grandiose Armschienen. RIP. Und was haben wir hier Schönes drin? Und noch mal ein Schmuckstück. Hm. So, dolla. Dann haben wir jetzt noch einen Druid. Jetzt schauen wir mal. Uh, Schuhe. Ah, auch wieder Grandios. Und was haben wir hier? Ach, komm. Da haben wir mal ein Formidables Item. Und dann sind es Schultern. Hm. Belastend. Als nächstes haben wir einen Monk am Start. Und jetzt gucken wir mal, was wir Schickes drin haben. Grandiose Waffe mal wieder. Und noch mal ein Schmuckstück. So, dann haben wir jetzt einen DK am Start. Und jetzt gucken wir mal. Ach, komm. Diese grandiose Waffe, das kann ich mir doch nicht erzählen. Ja, super. Die andere bringt mir auch nichts. Ach, ja. Ich hoffe, ich kriege zumindest nur ein Item in dem Opening hier. Schwierig. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Druid. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hm. Bob, Bob. Der hat keine Kiste mehr über. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Und die Hose, gut. Den brauchen wir leider nicht. So, dann haben wir noch einen Demon Hunter. Und, ja gut. Das war schon klar. Grandiose Waffe. Und was haben wir noch? Ach, verdammt. Okay. Ich wäge mich jetzt da drüber nicht auf. Wir gehen auf den nächsten. So, dolla. Jetzt schauen wir mal bei dem letzten Char noch. Und zwar müssten wir jetzt dann damit bei 30 Kisten insgesamt sein. Und, ja. Drückt mir mal die Daumen, dass da jetzt noch irgendwas drin ist. Äh. Ein Hals. Rip. Also bis auf ein bisschen Gold haben wir jetzt leider gar nichts gemacht. Ich merke schon, das wird jetzt schon wieder hier eine längere Geschichte. Ähm. Ja. Also der Endstand ist quasi wie der Anfangstand unverändert. Wir haben leider hier gar nichts rausbekommen. 30 Kisten und nichts drin. Naja. Ist manchmal so. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne beim nächsten Mal wieder reinschalten. Vielleicht habe ich da mehr Glück. Und, ja. Dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.